Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Handballmagazins 7 Meter. Schon seit zehn Jahren löfft Patrick Grötzki für die Rhein-Neckar-Löwen auf. Da macht ihm keiner mehr etwas vor. Wir durften jetzt aber dabei sein, als sich der Rechtsaußen auf ganz unbekanntes Terror begeben hat. In der Kabine vor dem Spiel kommen die fertig gemixten Tracks normalerweise aus dem Handy des DHB-Kabin-DJs. In der Popakademie Baden-Württemberg konnte Patrick Grötzki jetzt auch mal selbst Musik mischen. Taktgefühl hat Patrick Grötzki. Die Turntables, Neuland. Aber er hat sie fast schon so gut im Griff wie den Handball. Kein Wunder, ohne Musik geht bei ihm nichts. Ich höre, wenn ich zu Hause bin, eigentlich fast die ganze Zeit Musik. Da läuft immer was. Im Auto höre ich ganz viel Musik, wenn wir unterwegs auf Reisen sind. Und deshalb nimmt John einen wichtigen Teil auch ein. Mit unserem 7-Meter-Team besucht er die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Einmal den Profis über die Schultern schauen. Zum Beispiel David alias DJ Federlustig. Tipps sind willkommen, denn Patrick legt auch auf. In der Kabine. Bei den Rhein-Neckar-Löwen war er lange der Team-DJ. In der Nationalmannschaft ist er es noch. Der 28-Jährige kennt die Wirkung der richtigen Musik vor dem Spiel. Und wehe, sie fehlt. Dann denkt man, was ist eigentlich heute hier los? So brutal ruhig und eine ganz komische Stimmung dadurch. Und darum spielt die Musik dann schon eine wichtige Rolle. Wir haben bei uns bei den Löwen zum Beispiel auch ein Lied, das wir immer hören, bevor wir dann endgültig auch aufs Spielfeld gehen. Und das hilft dann schon auch mal, sich in eine gute Verfassung zu bringen. Profi David zeigt, wie es geht. Patrick lernt schnell. Berührungsängste beim Badener? Keineswegs. Privat hört er vieles. Coldplay, Jack Johnson oder Hip-Hop der 90er. Die Sounds von David treffen seinen Geschmack. Sein Lehrer sieht noch einen weiteren Grund für das DJ-Talent des Handballers. Als Rechtsaußen hat er dieses Ballgefühl, dass er diese Trickwürfe machen kann mit der linken Hand. Und deswegen habe ich schon gedacht, dass er im Handgelenk viel Gefühl hat. Und das braucht man im DJing auch. Und das hat sich dann auch bestätigt, dass er so die Standard-Moves, die wir gemacht haben, relativ easy hingekriegt hat. Sportlich ist die Schnelligkeit eine seiner größten Stärken. Persönlich seine Offenheit, neuen Dingen und Menschen gegenüber. Wenn es um Personen geht, die man vielleicht neu kennenlernt, dann hört man was über die eine oder andere Person. Und ich versuche, meine positive Einstellung dazu auch zu bewahren und mir selber immer zu sagen, Ich will meine eigenen Erfahrungen machen. Bis dahin kann ich nichts Schlechtes über irgendwas oder über irgendjemand sagen. Nichts Schlechtes erlebt er zuletzt auch mit den Rhein-Neckar-Löwen. Vor zwei Jahren erstmals deutscher Meister und den Titel dann direkt verteidigt. Die Karriere-Highlights für Johnny, wie Grötzki im Team genannt wird. Die Ernsthaftigkeit verliert er rechtsaußen nie, zumindest nicht beim Handball. Ich wirke auf dem Handballfeld sehr fokussiert, sehr ernst ab und zu auch. Bin ich neben dem Spielfeld überhaupt nicht. Ich lache sehr, sehr viel. Bin ein sehr familiärer Mensch. Bedeutet mir ganz viel, mit meiner Familie zusammen zu sein, mit meiner Freundin zusammen zu sein, da die Zeit gut zu verbringen. Und das ist so die Dinge, die ich brauche in meinem Leben, um glücklich zu sein. Glücklich machen die Nationalspieler an diesem Tag auch seine ersten Erfolge als DJ. Die Turntables noch vor Augen, die Kabine schon im Kopf. Auf dem Balkon der Pop-Akademie entsteht hier und jetzt vielleicht schon seine nächste Handball-Playlist. Dann mit perfekten Übergängen. Die Talente von Patrick Grötzki liegen also nicht nur auf dem Feld. Ein starker Auftritt an den Turntables. Wir sind gespannt, ob der Auftritt von Teamkollege Jerry Tolbring ähnlich gut ist. Der durfte nämlich für die Rhein-Neckar-Löwen in der Club-Challenge ran. Ja, Jerry Tolbring ist einer der talentiertesten Linksaußen der Welt. Deswegen haben wir ihn verpflichtet. Er hat ein super Handgelenk und er ist nervenstark. Also er macht sich, glaube ich, nie den Kopf. Deswegen ist er, glaube ich, der richtige Mann für die Challenge. Was ist deine Taktik? Treffen. Ich versuche, den langen Pfosten zu treffen. Der langen Pfosten, so. Der langen Pfosten, so. Der langen Pfosten. Dreißige Sekunde. Ja. Viel Zeit. Ja. 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 Ein. Das war wirklich schlecht, ich habe mehr von mir erwartet. Wie viele Treffer waren es? Vier oder drei? Es war schlecht. Es war schlecht. Du warst schnell. Nicht gut, aber schnell. In der Liga läuft es für die Mannheimer aktuell auf jeden Fall besser als in der Club-Challenge. Und ein ehemaliger Löwe schaut sich das aus Frankreich sehr genau an. Uwe Gensheimer steckt momentan mitten in den Vorbereitungen für den Movember und stellt sich unseren Fragen deshalb standesgemäß mit dem Mo. Sein Liga-Check jetzt für euch. So wie es im Moment aussieht, glaube ich, dass mein alter Club, die Rhein-Neckar-Löwen, da ganz, ganz große Chancen haben. Aber auch die Füchse Berlin haben natürlich jetzt einen riesen Start hingelegt, wenn vielleicht auch noch nicht die ganz, ganz großen Gegner dabei waren. Aber sie sind für mich auch eine Mannschaft, die so langsam reif dafür ist. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, bislang bin ich ein bisschen überrascht, dass Minden und Gummersbach noch nicht so viele Punkte geholt haben. Auch Lübeck, bislang noch gar nicht so richtig in der Saison drin, sind für mich Überraschungen. Und ja, Hüttenberg als Aufsteiger wird es sehr, sehr schwer haben meiner Meinung nach, obwohl sie sehr, sehr gut spielen. Also das sind so die Teams, die auf meinem Zettel sind. Die Rhein-Neckar-Löwen sind sehr, sehr gefestigt mit einer guten Abwehr, sehr, sehr sicheren Abwehr, guten Torhütern dahinter. Spielen eigentlich auf allen Positionen sehr, sehr konstant. Hannover-Burgdorf war natürlich als Überraschung ein Stück weit am Anfang der Saison, vor allem nach der verkorksten Rückrunde im letzten Jahr. Klar, der THB Kiel, dass die am Anfang so schlecht reinkommen, war nicht so zu erwarten. Aber ich glaube, dass die Mannschaft, dass Burgdorf und Berlin bislang die Überraschung sind. Ich glaube, dass die Entwicklung von Hendrik Peckler sehr, sehr erfreulich ist, wie konstant er auch in Abwehr und Angriff jetzt ganz, ganz starke Leistungen zeigt. Auch Julius Kühn in Melsungen zum neuen Verein gewechselt und da direkt sehr, sehr viel Verantwortung übernimmt und eine große Rolle spielt. Nach einem Wechsel ist nicht so selbstverständlich. Auch Philipp Weber in Leipzig, der eigentlich Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist in Leipzig. Aber das sind eigentlich keine großen neuen Namen. Ob die Einschätzungen von Uwe Gensheimer so hinkommen, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Den aktuellen Tabellenstand und die Übertragungstermine von Sky gibt es aber jetzt schon. Die Füchse Berlin haben nicht nur ihre weiße Weste, sondern auch die Tabellenführung in der DKB-Handball-Bundesliga verloren. Neuer Spitzenreiter sind die Rhein-Neckar-Löwen. Berlin folgt jedoch punktgleich auf Rang 2. Mit bereits vier Zellern Rückstand belegen der SC Magdeburg und die TSV Hannover-Burgdorf die Plätze 3 und 4. In der zweiten Tabellenhälfte rutscht die HSG Wetzlar nach der Niederlage gegen die Löwen auf Rang 10. Minden verbessert sich nach dem Kantersieg gegen Erlangen auf Position 11. Die Abstiegsränge belegen nach wie vor der VfL Gummersbach und der Aufsteiger Tusen Lübecke. Wenn ihr in dieser spannenden Liga nichts verpassen wollt, dann solltet ihr einschalten. Am Donnerstag überträgt Sky ab 18.30 Uhr die Partien Frisch auf Göppingen gegen die HSG Wetzlar, sowie die Ollen Ludwigshafen gegen den Tusen Lübecke. Jede Menge Spannung verspricht auch der Samstag. Ab 13.45 Uhr geht's los, die Füchse Berlin empfangen den Rekordmeister THW Kiel. Am Sonntag gibt es die geballte Ladung Spitzenhandball ab 12 Uhr in der großen Konferenz. Im Topspiel des Tages könnt ihr euch auf den VfL Gummersbach gegen den Vizemeister aus Flensburg freuen. Zum Abschluss dieses Handball-Tages gibt es wieder den Handball-Talk von und mit Stefan Kretschmer. Mehr Infos und Storys aus der Handballwelt gibt es in zwei Wochen wieder bei uns. Nächster Sendetermin ist der 1. November. Vielen Dank fürs Reinschauen heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.